Ich möchte gerne diese großen Düsen noch erklärt haben. Das ist die Gegenstromanlage und das ermöglicht dann auch wirklich das Schwimmen im Swim Spa, damit der auch seinem Namen gerecht wird. Also ich kann hier entspannen und die Massagedüsen genießen, kann aber auch hier wirklich dann körperliche Trainingsmaßnahmen durchführen. Und wenn man nicht mehr kann, dann geht es hinter auf den Sitz. Genau, das ist dann die Entspannungsphase.